Nicht schlecht Stimmt hier auf der kleinen Anzeige, auf der kleinen Anzeigenzeigetafel Hast du auch so eine? Keine Hörner, auf sowas achte ich nicht Ich habe jetzt mal einen Helfer eingestellt, weil ich bin gerade gefahren wie die letzte Sau, ich bin einfach gehalten, viel zu müde zum Metrischen fahren Die erste Bahn habe aber, wenn du es mal hinbekommst, die zweite, ja ja Nee, nee, nee Du willst es, bin ich ehrlich Was kriegst du überhaupt gebacken? Mehr als du Sieht man ja Soll ich dir jetzt, soll ich mal persönlich werden? Miau 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 Ich habe in Scheiße gesetzt Ich weiß nicht, was ihr überhaupt gewollt Was denn kriegt der jetzt nicht? Reißen wir das da jetzt runter, dann reicht es dir gleich die Eier Hier und jetzt Dann bin ich dein behandelnder Arzt heute noch Der dich kastriert Den Benni habe ich auch schon kastriert Jaja, gut zu wissen Weil er auf mein Bett Piep Unter dieser Nummer ist kein Anschluss mehr Hihi Gut zu wissen Gut zu wissen Kastriert Genau Und gut zu sehen Gn Dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020